Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Retro-Kanal. Heute gibt's The Brewbaker, ein Grafik-Adventure der Byte Riders von 1992. Erschienen ist das Teil damals auf der Golden Disc 64. Ja, und hier ist mein Exemplar. Ja, und wie immer spiele ich jetzt hier nicht von meinen Original-Disketten, sondern ich habe mir einen Crack besorgt von Fantastic Four Cracking Group. Die sind ganz stolz und präsentieren Brewbaker. Genau. Ha, ein herrliches Crack-Tro. Okay, und dann geht's gleich mal los mit dem Intro. Name, Kyle G. Brewbaker III. Alter, unbekannt. Damit ist nicht sein Vater gemeint. Beruf, Mann für besondere Fälle. Hobbys, Archäologie. Auszug auf seiner Autobiografie. Nachdem ich meinen Job beim CIA quittierte, weil sie mich für zu alt hielten, um noch gefährliche Aufträge zu übernehmen, stieg ich in die Fußstapfen meines Vaters und eröffnete eine Agentur, die sich auf die Durchführung von schwierigen Sonderaufträgen spezialisiert hatte. Nachdem es mir innerhalb kürzester Zeit gelang, die Leistungsfähigkeit meiner Agentur durch unermüdlichen persönlichen Einsatz unter Beweis zu stellen, erhielt ich schließlich auch bald meinen ersten Auftrag von einem Mann namens Inhausen, der für irgend so einem Chemiekonzern arbeitete. Der Job klang eigentlich ganz einfach. Ich sollte lediglich ein Fass mit etwas radioaktivem Abfall von Quebec nach Trinidad fliegen, wo es dann von einer Zweigstelle der Firma in Empfang genommen werden sollte, um dann dort heimlich und leise ins Meer zu verschwinden. Tja, zugegeben, es war nicht unbedingt moralisch von mir, diesen Auftrag anzunehmen, aber da es mir gegeben ist, eiskalt und ohne Emotionen zu handeln, stellt dies für mich kein großes Problem dar. Leider wurde mir aber erst unterwegs bewusst, dass meine Flugroute auch durch das berüchtigte Bermuda-Dreieck führte, in dem vor vielen Jahren mein Vater spurlos verschwand. Ja, das ist die spannende Vorgeschichte. Und hier, das sind die Beidreider. Genau, das sind einmal Sebastian Brockhammer, Steve Kups und Dario Gottscher-Grobert, Stefan Hartwig und Jens-Christian Hus. Ja, okay, dann würde ich sagen, geht's mal weiter hier. Fliegen wir mal los mit unserem radioaktiven Gipschmüll. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Dumm, didum, didum, didum. Oh, das Bermuda-Dreieck. Brrrr. Hier verschwand vor einigen Jahren mein alter Herr. Diese Gegend hier gibt mir irgendwie ein total mulmiges Gefühl. Oh, uh, was ist das? Ich wurde abgeschossen. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist hier los? Schnelldiges Ketteseite wechseln. So, haha, jetzt krall ich mir mal meinen Joystick und wir finden heraus, wer uns hier abgeschossen hat und was uns jetzt hier überhaupt passiert ist. Ja, okay, hier sind wir schon in der Anfangsszene. Gesteuert wird das Ganze hier über ein Iconsystem. Und zwar hier dieses Icon, das ist ein Auge. Damit können wir uns diese Szene einmal betrachten. Und mit dieser Lupe hier können wir bestimmte Gegenstände uns genauer herauspicken und ein bisschen untersuchen. Und hier mit diesem Icon können wir Gegenstände aufheben, ins Inventar tun und hier aus dem Inventar wieder zurück irgendwo hinschmeißen. Und hier ist On-Off, also hier können wir etwas aktivieren oder deaktivieren oder ein- oder ausschalten. Und hier, hier können wir etwas benutzen oder, ja, oder kombinieren oder so, wie man das in Adventures halt so macht. Ja, okay, also schaue ich mir erstmal diese Szenerie hier mal genauer an. Also klicke ich mal aufs Auge. Wo zum Teufel bist du denn nun wieder gelandet? Dein Boss macht dir die Hölle heiß, wenn du deine Ladung nicht bis heute Abend abgeliefert hast. Und überhaupt, was machen die ganzen Wracks hier? Irgendwas stinkt hier ganz gewaltig zum Himmel. Ein paar Meter von dir entfernt entdeckst du die kläglichen Überreste deines ehemals so stolzen Flugzeugs. Verdammt! Verdammt! Du hattest noch nicht mal alle Raten abbezahlt. Warum ist das Leben immer nur zu dir so ungerecht? Mit einem resignierenden Seufzer versetzt du den Resten deiner Maschine einen Tritt und beschließt erst einmal, die Gegend hier zu erkunden. Ja, okay, dann gucke ich mir das mal hier genauer an. Eieiei, äh, Wracks. Hier, genau. Ich klicke einmal hier auf die Lupe und dann ist in dem Ruhmkasten auf der linken Seite die verschiedenen Gegenstände, die ich mir genauer angucken kann. Und da gucke ich mir jetzt erstmal hier oben die Wracks an. Du durchsuchst das Wrack eines alten Flugzeugs und findest einen Flugschreiber. Oha! Ja, und der erscheint auch gleich hier auf der Liste. Und den gucke ich mir auch mal genauer an. Neugierig schaltest du den Flugschreiber ein. Zunächst hörst du nur den routinemäßigen Funkverkehr des Piloten mit seiner Basis. Dann wird es plötzlich interessanter, als der Pilot meldet, dass er und seine Staffel sich im dichten Nebel verirrt haben und eine Bestimmung von Kurs und Position unmöglich sei. Dann folgt eine Menge unidentifizierbarer Geräusche, bis auf einmal wieder eine Stimme ertönt. Hier spricht Captain Charles Taylor, Flugführer einer Staffel von fünf Maschinen des Typs TBM Avenger. Ich hinterlasse diese Nachricht auf dem Flugschreiber und hoffe, dass sie eines Tages von jemandem gefunden wird. Meine Männer und ich befanden uns auf einem Aufklärungsflug über dem Gebiet, das gemeinhin als das Bermuda-Dreieck bekannt sein dürfte. Wir gerieten unverhofft in einen dichten Nebel, obwohl die Instrumente vorher nichts Außergewöhnliches angezeigt hatten. Ich versuchte, mit der Basis in Fort Lauderdale per Funk in Kontakt zu bleiben, was mir aber nur für kurze Zeit gelang. Mit einem Mal wurde die Maschine von einem grellen, unwirklichen Leuchten eingehüllt und ich verlor das Bewusstsein. Als ich dann später wieder erwachte, fand ich mich in dieser fremdartigen Gegend wieder. Um mich herum lagen die ausgebrannten Überreste meines Jägers, so wie die Wracks einiger anderer Maschinen, von denen ich bei einigen nicht mal den Typen kenne. Ich bag aus den Wracks einige Ausrüstung, die mir nützlich erschienen, und machte mich daran, diese unwirkliche Gegend näher zu erkunden. In einem Waldstück in der Nähe meiner Absturzstelle traf ich dann überraschend auf zwei andere Piloten meiner Staffel, die ebenfalls hier Bruch landeten. Wir erbauten uns mit unseren wenigen Hilfsmitteln provisorische Hütten und warteten eine Zeit lang in der Hoffnung, dass man nach uns suchen und uns finden würde. Die Wochen verstrichen, aber nichts passierte. Graham, der psychisch labilste von uns dreien, hielt es schließlich nicht mehr aus und war eines Tages mit einem Teil unserer Ausrüstung verschwunden. Wir haben ihn niemals wiedergesehen. Mittlerweile sind wir nun fast ein Jahr hier und ich habe längst alle Hoffnung aufgegeben, dass wir jemals gefunden werden. Ich deponiere diesen Flugschreiber in einen der Wracks, da er dort leicht entdeckt werden kann, falls uns etwas zustößt. Ich und Frank haben gestern beschlossen, hier nicht mehr länger auszuharren und werden morgen versuchen, die große Schlucht im Osten irgendwie zu überqueren. Gezeichnet Captain Charles Taylor, 23. Mai 1946 Oha, an dieser Stelle endet die Nachricht. Na gut, äh, dann gucke ich mal weiter hier, äh, in meinen Flugzeugwrack hier. Du durchsuchst das Wrack deines Flugzeugs und förderst ein Fass mit radioaktivem Müll sowie deinen Schutzanzug zutage. Aha! Ohoho, Plutonium? Eieieieiei. Dieses Fass enthält eine giftige Substanz, die gemeinhin als Plutonium bekannt ist. Sei besser vorsichtig damit, äh, denn das Ding hat ein faustgroßes Leck an der Oberseite. Haha, das klingt nicht gut. Ah, ein Schutzanzug. Gut. Dieser Anzug, ähm, wird von der Sicherheitsbehörde für den Umgang mit radioaktivem Material vorgeschrieben. Erstaunlicherweise ist er sogar intakt geblieben. Das klingt gut. Gut. Okay, dann, äh, würde ich sagen, kralle ich mir mal den Schutzanzug. Okay, genommen. Und, äh, den, äh, Flugschreiber, den nehme ich auch mal mit. Wer weiß, wofür der gut ist. Okay, und alles, was ich aufnehme, äh, das landet hier in, ähm, dem rechten Kasten, wo Großinventar drüber steht. Genau. Okay, äh, also, ähm, ist denn noch irgendwas in dem Flugzeugwrack? Du durchsuchst abermals das Wrack deines Flugzeugs, findest aber nichts von Bedeutung. Na gut. Okay, also, äh, ich würde sagen, ich nehme die Warnung mal ernst und, ähm, versuche, äh, erstmal hier in diesen Schutzanzug zu kommen. Äh, also, ähm, benutze Schutzanzug? Äh, äh, nee. Nee, so geht das nicht. Äh, dann ist es hier. Äh, benutze Schutzanzug. Aha, genau, so geht das. Äh, sorgsam legst du den Schutzanzug an. Prima. Ja, okay, ich denke, jetzt kann ich es wagen, hier das, äh, Plutonium, äh, anzupacken. Du nimmst den Behälter mit dem Plutonium und verstaust ihn, äh, in einer, deiner gigantisch großen Taschen. Ja, da du vorschriftsmäßig deinen Schutzanzug trägst, kann dir die radioaktive Strahlung, die von dem Leck ausgeht, nichts anhaben. Ja, ja, prima, okay, äh, dann würde ich sagen, äh, gibt es hier gar nicht mehr zu tun. Dann, äh, gucke ich mich mal weiter um hier. Äh, irgendwo müssen ja auch diese Hütten stehen, äh, von der, von dem Captain Taylor da sprach. Schauen wir mal. Aha. Aha. Ja, das sieht doch schon sehr vielversprechend aus. Okay, da ist eine Hütte. Bäume, das, äh, sieht ziemlich dicht aus hier. Was ist das? Kreuze? Sieht aus wie ein Gräber. Eieiei, okay, dann schaue ich mir das erstmal genauer an hier. Auf das Auge geklickt. Oha. Hier scheint sich vor geraumer Zeit schon einmal jemanden niedergelassen zu haben. Die Hütte sieht allerdings nicht gerade so aus, als würde ihr Erbauer noch unter den Lebenden weilen. Im Vorgarten bemerkst du zwei rechte, lumpig errichtete Grabstellen, die wohl darauf hindeuteten, dass hier jemanden, der Tod ereilt hat. Äh, äh, jemanden, der Tod ereilt hat. Äh, äh, ringsum wuchert dichter Dschungel, der ein, ähm, Weitergehen in eine andere Richtung als Norden als ziemlich aussichtslos erscheinen lässt. Okay, ja, dann schauen wir mal hier uns die Baracken mal genauer an, würde ich sagen. Du betrittst die recht vergammelt aussehende Baracke. Ein modriger Geruch steigt dir in die Nase, als du bei deiner Suche nach irgendwas nützlichem, gewaltige Mengen von Staub aufwirbelst. Trotz intensiver Suche findest du aber nichts, außer ein Stück Papier. Ein Stück Papier? Hä? Hä? Papierfetzen. Ach, das schaue ich mir aber mal genauer an. Papierfetzen. Es ist eine aus einem Tagebuch herausgerissene Seite. Mühsam entzifferst du die grakelige Schrift. 30. Juli 1946. Als wir heute wieder den Wald durchstreiften, um Baumaterial für eine Brücke über diese gottverdammte Schlucht zu sammeln, fanden wir die Leiche Grams. Er sah aus, als wäre er von irgendeinem wilden Tier angefallen und zerrissen worden. Oh, wir begruben vorhin das Wenige, was noch von ihm übrig war. Gott sei seiner Seele gnädig. Doch für Frank, Brewster und mich muss das Leben weitergehen. Wir haben die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass es uns eines Tages gelingt, aus dieser Hölle zu entkommen und zur Zivilisation zurückzufinden. Die Schlucht im Osten scheint dazu der einzige mögliche Weg zu sein, da die restliche Gegend von nahezu undurchdringlichem Dschungel umgeben ist. Wir entdeckten nahe der Schlucht ein merkwürdig aussehendes Gerät, dessen Funktionen wir aber noch nicht enträtseln konnten. Ich schließe nun für heute wieder, da Franke gerade mit ein paar dieser wohlschmeckenden Käfer für unser Essen zurückkommt. See, Taylor. Äh, ja. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Was gibt es denn hier noch? Äh, Steine? Eine Handvoll Steine. In allen möglichen Größen. Ja, prima. Äh, dann hätte ich gern einen Spitzen und einen Flachen und ein Paket Kies. Äh, nee. Äh, nehme ich die mal mit, die Steine. Okay, genommen. Gut, was gibt es denn da noch? Oh ja, die Gräber. Gucke ich mir die mal genauer an. Es sind zwei ziemlich provisorisch errichtete Gräber. Auf dem einen steht der Name Frank Brewster. Der andere trägt den Namen Graham Fields. Beide Gräber sehen schon ziemlich verwittert und alt aus. Aha. Komisch. Aber Frank ist doch noch gar nicht gestorben. Oder ist er doch schon tot? Eieieiei. Okay, äh, was gibt es da noch? Eine Schaufel. Aha. Eine verrostete alte Schaufel mit einem hölzernen Stiel. Ja, das klingt gut. Die nehme ich erstmal mit hier. Schaufeln sind immer gut. Okay, genommen. Ja. Äh, dann. Ja, äh, ich meine. Leute, das bietet sich doch an, oder? Äh, genau. Ich kreile mir mal die Schaufel. Und buddel mal in den Gräbern rum. Geht das? Jo. Das würde dir wohl gefallen. Die Gräber aufbuddeln und die Ruhe der Toten stören. Hä? Nee, nee. Das gebe nur Ärger mit der, äh, BPS. Also, das ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Nein, das wollen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Okay. Äh, mehr gibt es hier? Ja, dann wohl mal nicht. Okay. Dann, äh, gehen wir mal wieder zurück hier zu den Wracks. Hm. Die, äh, haben ja von irgendeiner Schlucht gesprochen. Die muss ja dann hier im Osten sein. Genau. Die Schlucht im Osten. Dann schauen wir mal. Oha. Ja, gut. Schön. Äh, äh, gucken wir uns mal hier genauer um. Kaum hat man mal ein bisschen Spaß am Wandern gefunden, schon kommt so eine blöde Schlucht daher und blockiert den Weg. Du hebst ein Steinchen vom Boden auf und lässt es Probeweiser in die endlosen Tiefen der Schlucht fallen. Dann beginnst du, äh, die Sekunden bis zum Aufschlag zu zählen. Als du nach ungefähr zehn Minuten immer noch keinen Aufschlag hörst, machst du dir im Geiste eine kleine Randnotiz, dass es nicht besonders klug wäre, an dieser Stelle einen Abstieg zu versuchen. Am Rand der Schlucht bemerkst du eine seltsame Maschine, die einen ziemlich verwitterten Eindruck auf dich macht. Angestrengt spähst du zur anderen Seite der Schlucht hinüber, wo ein grelles Funkeln deine Aufmerksamkeit erregt. Hm, ja, ein Spiegel. Was hat der denn dort drüben verloren? Ja, haha, das, das ist die spannende Frage, Freunde. Aber, äh, ich werde jetzt hier erstmal abspeichern. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es denn hier weitergeht. Ja, das Gesetz der Serie. Dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dann. Tschaui. Tschaui. Bis zum nächsten Mal.